Wer kennt sie nicht, die Errungenschaften oder Achievements in Minecraft? Und in diesem Tutorial von Reminders 07 zeigen wir euch, wie es möglich ist, eine eigene Errungenschafts-Nachricht zu erstellen. Praktisch so eine Nachricht, wie diese hier steht, bloß mit eurem eigenen Text und eurem eigenen Bild darin. Wie das funktioniert, erfahrt ihr jetzt in diesem Tutorial. Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial von Reminders 07. Und um uns unser eigenes Achievement zu erstellen, müssen wir hier auf achievecraft.com gehen und dann haben wir hier die Möglichkeit, zuallererst einmal eine Datei auszuwählen. Das machen wir in diesem Fall. Allerdings habe ich noch keine passende Datei. Hier gibt es zwar schon jede Menge, aber das Bild muss am besten 32x32 Pixel groß sein, welches wir hier für unsere Errungenschafts-Nachricht wählen wollen. Und dafür erstellen wir uns in Photoshop einmal ein solches Bild über Datei, Neu und dann in diesem Fall 32x32 Pixel. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in jedem beliebigen anderen Bildbearbeitungsprogramm machen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze sogar mit einem transparenten Alpha-Key-Hintergrund, so wie hier in diesem Fall machen. Und jetzt ziehen wir uns einfach mal hier beispielhaft dieses Hühnchen rein und haben wir das da drin, bestätigen wir das und speichern uns das Bild. Nun können wir hier unter Datei auswählen auch unser Icon auswählen. Alternativ geht aber auch die Möglichkeit, dass wir hier eins aus dieser Liste hier auswählen. Die gibt es nämlich auch schon. Das sind praktisch die ganzen Minecraft-Icons, die uns vorgelegt sind, die wir hier einfach zum Beispiel auswählen können. Und da gibt es große Auswahl. Doch jetzt geht es erst richtig los, denn wir können entscheiden, was in der oberen Zeile steht. Da trage ich in diesem Fall einfach mal TheMinders007, also diesen Kanalnamen von uns ein. Und jetzt natürlich noch eine kleine Kanalbewertung hier unten eingetragen. Und dann können wir auch schon auf Generate klicken. Und rechts seht ihr dann, oder in diesem Fall hier, den Banner, den wir eben gerade erstellt haben. Er hat in diesem Fall das Hühnchen-Icon, da wir da unten aus der Liste der Icons nichts ausgewählt haben. Oben steht Geld, TheMinders007 und da unten ist voll schlecht, ey, Alter. Und jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können wir hier das Bild einfach runterladen. Dafür kopieren wir uns diesen Link und fügen ihn einfach mit STRG-C und STRG-V hier ein. Und dann ziehen wir uns das Bild per Drag & Drop direkt auf unseren Desktop. Und da könnten wir es hier in diesem Fall öffnen und haben unser eigenes Achievement. Das kann jetzt zum Beispiel in ein Banner eingebaut werden. Oder eben dorthin, wo ihr das Ganze gerne einbauen möchtet. Und das ging auf jeden Fall sehr, sehr einfach und schnell. Doch es gibt noch eine kleine zweite Variante. Und zwar ist es möglich, auch Mini-Achievement-Nachrichten zu machen. Dafür einfach hier den Haken reinmachen und dann auf Generate klicken. Und dann bekommen wir hier so ein Mini-Achievement. Und auch das ist ganz einwandfrei möglich. Wie das Ganze in Minecraft eingefügt wird, das zeigen wir euch eventuell, wenn das Interesse besteht, noch einmal in einem anderen Tutorial, sofern das möglich ist. Und rechts für den Link gibt es jetzt noch ein Tutorial, wie ihr euch einen eigenen Avatar, der richtig, richtig gut aussieht und trotzdem einfach gemacht ist, erstellen könnt. Oder ihr schaut euch direkt da unten nochmal das Tutorial an, indem wir euch zeigen, wie es möglich ist, eigene Sounddateien in Minecraft einzufügen und dann auch noch abzuspielen mit dem Play Sound Command. Das alles rechts in den beiden Videos erklärt. Jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Tschüss und viel Spaß mit euren eigenen Errungenschaften.